Ein gesundes und glückliches Katzenleben hängt maßgeblich von der richtigen Ernährung ab. Die Versuchung, unsere geliebten Samtpfoten mit köstlichen Leckerbissen zu verwöhnen, ist groß. Doch Vorsicht ist geboten, denn die übermäßige Fütterung kann verheerende Auswirkungen auf die Gesundheit und das Wohlbefinden der Katze haben. In diesem Video verrate ich dir, was passiert, wenn du deine Katze überfütterst und woran du es überhaupt erkennen kannst. Erkennungszeichen einer Überfütterung Nr. 1 Gewichtszunahme Ein offensichtliches Zeichen ist eine rapide Gewichtszunahme. Katzen, die mehr Kalorien zu sich nehmen, als sie verbrennen können, neigen dazu, an Gewicht zuzulegen. Ein fühlbarer Fettansatz im Bereich der Rippen, des Bauches und des Schwanzansatzes kann auf Überfütterung hinweisen. Nr. 2 Trägheit und Inaktivität Überfütterte Katzen sind oft weniger aktiv und vital. Sie können sich weniger bewegen, mehr schlafen und weniger Interesse an spielerischen Aktivitäten zeigen. Nr. 3 Veränderung im Verhalten Eine überfütterte Katze kann Verhaltensänderungen aufweisen, die von Gereiztheit bis hin zu Desinteresse reichen. Auch das Fell könnte sein Glanz verlieren und stumpf erscheinen. Nr. 4 Schwierigkeiten bei der Fellpflege Katzen sind bekanntlich sehr reinliche Tiere. Übermäßige Fettleibigkeit kann es für sie schwierig machen, sich angemessen zu putzen, was zu Verfilzung, Hautproblemen und Geruch führen kann. Warum Überfütterung vermieden werden sollte Gesundheitliche Risiken Übergewicht und Fettleibigkeit bringen eine Reihe gesundheitlicher Probleme mit sich, darunter Diabetes, Gelenkprobleme, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Verdauungsstörungen. Diese können die Lebensqualität der Katze erheblich beeinträchtigen und zu hohen Tierarztkosten führen. Verkürzte Lebenserwartung Überfütterte Katzen leben oft kürzer. Ein gesundes Gewicht fördert eine längere Lebensdauer und ein aktiveres Leben. Einschränkung der Bewegungsfreiheit Übergewicht kann die Bewegungsfreiheit der Katze einschränken, was zu einem eingeschränkten Aktionsradius führt. Dies kann Langeweile und Unzufriedenheit zur Folge haben. Emotionale Bindung Das Überfüttern mag auf den ersten Blick als Ausdruck der Liebe erscheinen, kann aber langfristig die Bindung zwischen dir und deiner Katze belasten, da Gesundheitsprobleme die Zeit, die ihr gemeinsam verbringen könnt, einschränken könnten. Finanzielle Belastung Die Kosten für Tierarztbesuche, Medikamente und möglicherweise sogar Operationen zur Bewältigung der Folgen von Fettleibigkeit können beträchtlich sein. Es ist wichtig zu verstehen, dass die richtige Ernährung und die Einhaltung der empfohlenen Fütterungsmengen dazu beitragen, dass deine Katze ein langes, gesundes und glückliches Leben führen kann. Indem du die Anzeichen einer Überfütterung erkennst und sie vermeidest, zeigst du wahre Liebe und Sorge für deine pelzigen Gefährten. Möchtest du jetzt noch wissen, welches Syndrom du bei deiner Katze niemals ignorieren darfst? Dann schaue dir unbedingt das Video an, was ich dir an dieser Stelle verlinke. Vergiss auch nicht den Kanal zu abonnieren, damit du kein neues Video mehr verpasst. Wenn du das Video mehr verpasst, dann schaue dir unbedingt das Video mehr verpasst. Wenn du das Video mehr verpasst, dann schaue dir unbedingt das Video mehr verpasst. Untertitelung des ZDF, 2020